...ein Drahtseil mit strubbeliger Frisur und großen Augen, das davon träumt am höchsten... Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich muss ein bisschen weiter, also nehme ich einfach jetzt mal ein Auto. Jetzt geht's runter. Und einmal hier rein. Ist jemand verletzt? So, ich brauche Geld. Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, wie süß. Ach, wie süß. Hey, was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro. Du weißt, die ganze Dead-Sack-Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das wüsste er sicher zu schätzen. Was ist denn hier los? Hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Taz-Cars Kisten auf das Boot laden. Da sind eine Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Danke für die Warnung. Viel Glück, Retro. Viel zu einfach, ne? Die Kokain-Kisten zerstören. Ich nehme erst mal mein Quadro-Cotta. So, Kokain-Kiste. Kokain-Kisten zerstören. Kokain-Kisten zerstören. Kokain-Kisten, Schicksal, Schicksal. Hier, nochmal mein Quadro-Cott. Moment, ich nehme erst mal meine Quadro-Cott. Wo ist das Schicksal? Ohh, Ich nehme erst mal meine Quadro-Cott. Wo ist das Schicksal? Wo ist das Schicksal? Oh, ja. Keist der Kriterin? Keist der Kriterin? Sieg traurige Musik, Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier am besten vorgehen soll. Ich meine, die Tür habe ich aufgemacht. Wir holen jetzt hier erstmal ein paar Gangs. Die mischen das hier erstmal ein bisschen auf. Ich muss das mal hier mit der Steuerung machen. Ja, der hat mich nicht gemeint. Ich höre dich kaum. Hallo? Oh, heilen. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Schießt denn da überhaupt jemand? Der schießt tatsächlich ja doch nicht. Oh Mann! Ja, super! Wir müssen das anders machen, ohne die aufzuscheuchen. Hm. Wir müssen das anders machen. 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 Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wir müssen das anders machen. Oh Mann! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh,ige ich muss das Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Zwei Down Erstes Ziel erledigt! Bleibt noch eins! Los, nachsehen! Er war gerade da! Hey, diese verdammte Puta macht uns ärger, Mann! Was ist los? Fuck! Du musst dir jetzt erstmal hier weg. Ich hab noch ein Ding auf. Ich hab noch ein Ding auf. Ja, das dauert wohl noch ein bisschen was. Was ist das? Scheiße! Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott! Ich kann den Quadrocopter immer noch nicht rufen. Jetzt sind sie gleich erstmal wieder abgelenkt. Du musst jetzt einfach nachdem. Ich darf nicht rufen. Du musst dich schaden. Du musst dir das. Du musst dich nicht rennen, wie du für ein Kniegesser. Du musst dich jetzt noch ein Ding auf. Du musst dich auf der Kniegesser. Du musst dich auch hier eindigen. Du musst dir einfach spine precisa. Ach man, wann kommen die denn? Aha Scheiße Ich habe ganz vergessen Ich habe ja noch das Waffenrad Elektroschockgerät Sprengsatz Das ist doch mal gut Ich habe ja noch das Waffenrad Entschuldigt, dass ich jetzt gerade hier mit der Szenerie hier so spiele, aber so kann ich das alles ein bisschen besser überblicken Äh, wir haben hier so einen ... Gesamte Kokain-Lieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Ja, ich nehme das Spruch. Das hatten wir ja noch nicht. Uh, wie geil. Findet ihn und macht ihn kalt. Habt ihr verstanden? Verstanden? Okay, die Tescas in diesem Video, die die Horatio entführt und getötet haben, die als nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Häuter. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Roche Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Und das soll wo sein? Ach, da. Ich muss immer erst den Pfeil suchen. Da ist direkt die Nebenoperation. Das ist ja praktisch. Ich glaube, die Nebendinge werde ich mal eben direkt machen. Oh, ich muss nach oben. Ach, und das ist jetzt auch wieder ein Hin und Her Rennen. Wow. Ich muss mich nicht mehr aufbauen. Ich muss mich nicht mehr aufbauen. Ich muss mich nicht mehr aufbauen. Ah! Ah! Ich muss mich nicht verlaufen. Ja! Ja! Oh! Andere! Schön, dass du hier bist, Racho. Wow! Alle bei DedSec sind stolz darauf, dass du horrendig bist. Ich habe mal ihre Telefonate mitgehört. Jovino ist schon da. Die anderen beiden sind unterwegs. Mehr muss ich nicht wissen. Bring dich lieber in Sicherheit. Viel Glück, Mann. Rache ist Blutwurst. Trabio. Huerta. Gut, die Ress. Okay. Ich kenne ja jemanden leider nicht. Ah. Okay, okay, okay. Ich bin auf dem Sperrgebiet. Ich weiß, ich sehe es ein. Aha. Mhm. Ich versuche es jetzt erst mal so. Ich verfolge Gutierrez. Er ist jetzt am Treffpunkt. Luis Travino wird uns nicht mehr ärgern. Penner. Ich hole ihn mir. Keine Sorge. Ich habe die Dinge zwar noch verpasst. Er geht nirgendwo hin. Wenn er weiß, was gut für ihn ist, taucht er nie wieder auf. Ich wollte das über die Treppe. Boah, ich habe das jetzt gerade aber echt nicht. Aber ich kriege ihn. Ich kriege den. Voll in eine Sattgasse reifen. Findet ihn und jagt ihm die Kuh rein. Wir gehen kein Risiko ein. Ich bin ein. Oh, fuck. Scheiße, ich hätte anders umflüchten sollen. Alle nochmal, ne? Ja. Scheiße. Ich krieg die alte Co noch. Ich krieg die. So weit, wie ich das gerade getan habe, war das alles gar nicht mal so schlecht. Na, ich kann ja schließlich auch irgendwas. Da wer ist! Luis Travino wird uns nicht mehr essen. Er ist jetzt am Treffpunkt. Mhm. Ja, da vorn ist es. Fuck. Ich gehe da irgendwie falsch dran. Ich weiß auch nicht. Der Anfang ist ganz gut. Aber der Rest ist kacke. Geh. Luis Travino wird uns nicht mehr ärgern. Penner. Ich verfolge Gutierrez. Er ist jetzt am Treffpunkt. Moment. Verschwinde von hier. So. Ich habe Tina Huerta im Visier. Sie ist gerade angekommen. Wird sie bereuen. Mistkerle, Mann. Alles anschnallen. Die Gala Mave. Mann. Ich hasse Hacker. Schick die Wartos. Schick die Wartos. Mann. 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 Oh Kommen jetzt echt die Bullen? Habe ich doch! Ich hab sie doch alle! Huerta Gutierrez Travino. Ein bisschen Gerechtigkeit für Horatio. Verschwindet da! Jetzt ist das Arschloch Pablo dran! Hier drüben, ich hab den blöden Wichser! Meinen die mich? Oh, was war das denn? Zentrale, der Verdächtige ist weg! Aber wir geben noch nicht auf! Zentrale, wir suchen jetzt den Verdächtigen! Na, jetzt spielen wir jetzt Katz und Maus! Jetzt füllt nur noch der Boss! Was ist das? Okay, Zeit für den Anführer! Pablo, der Heuter, habe ihn zu den Hundekämpfen in Oaklands Chinatown verfolgt. Wichser! Ein DedSec-Mitglied, der gründet dort den Laden für dich! Der Kerl gehört uns, Markus! Hundekämpfe? Boah, wie abartig ich! Ich hasse so einen Typen! Ich hasse das... Boah... Ich weiß nicht! Aber ist es für die Oh, mit einem Dabi. Oh, Schätzchen. Hast du echt geglaubt? Dass du mir so viel Geld spinnest? Ja, hab ich. Oh, sind alle okay? Hey. Retro. Was geht hier ab? In dem Gebäude, da gibt's Hundekämpfe. Da war wohl mal ein Hallenbad oder sowas. Zutritt ist nur für Mitglieder. Komm ich da irgendwie rein? Ich glaube, dass du durch das Restaurant reinkommst. Viel Glück, Mann. Kann wir dir irgendwie helfen? Danke. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. Okay, meine Lieben, ich muss dich verabschieden. Ich sage mal tschüss. Bis zum nächsten Mal.